So, hallo Leute, willkommen zum 15. und diesmal ist es wirklich der 15. Dezember und 15. Part von Let's Play Days Before Christmas und wir fangen auch gleich an und wollen keine Zeit verlieren. Gift wrapping debt. Geschenk einpacken, kaputt, keine Ahnung. Bombs. Oh mein Gott, Strickdinger. Was passiert jetzt? Oh mein Gott, ich bin ein Geschenk. Hahaha, Mann, bin ich gut. Boah, ach. Alter. Yeah, Kombo. Da unten ist was. Nicht. Speedy Gonzales. Boah, der steht unter Strom. Übelst du. Hahaha. Hab dich erwischt. Hahaha. Speedy Gonzales. Wow. Deswegen heißt er wohl Speedy, weil er so schnell ist. Ey, ein Geschenk. Checkpoint. Speedy Gonzales, bleib stehen. Verlangt, jetzt bin ich ein Geschenk. Mann, komm, Kaffee. Mann, komm, Kaffee. Ich brauch Kaffee. What the? Alter. Da oben ist Kaffee. Okay. Ich wusste, dass da irgendwas Böses drin ist. Und Kaffee ist böse, aber gut. Scheiße. Oh, geht doch kaputt, Mann. Geht kaputt. Ja, Leben. Yeah. Ups. Yeah. Geschafft. So, und nächstes Mal sehen wir uns beim 16. Part. Also dann, Leute. Bis dann.